Online-Geister, Thema der Sendung. Hallo und willkommen zurück bei den Online-Geistern für die Podcast-Hörer. Und hallo, willkommen zurück auf Radio Korax. Unser Thema der Sendung heute, Game of Thrones. Und Tristan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine Geschichte mit der Serie durchaus gehabt. Also jahrelang, gern geschaut. Aber vielleicht zuerst, also wir nehmen auf, bevor die letzte Staffel ausgestrahlt wird, die erste Folge. Ausstrahlungszeitpunkt, ich glaube, es sind schon zwei Folgen der nächsten Staffel raus. Also die Staffel können wir nicht spoilern, weil wir die Folgen noch nicht gesehen haben und nicht draußen sind. Wir werden jetzt nicht aktiv die ganze Geschichte nacherzählen, aber wir können jetzt nicht verhindern, dass uns mal was rausrutscht. Wir werden nicht aktiv darauf achten, dass wir irgendwas verheimlichen. Also Spoiler-Warnung. Liebe Hörer, wenn ihr Game of Thrones noch nie gesehen oder gelesen habt, wir werden Dinge der Handlung zwangsweise mit erzählen. Also an der Stelle bitte die Folge entweder aufheben und später hören, wenn ihr die Serie gesehen habt, oder auf eigene Gefahr weiterhören. Okay, ja, jetzt, weil du hast eine Geschichte mit der Serie. Ich wollte eigentlich nur einen kleinen atmosphärischen Einstieg geben, weil ich mit Game of Thrones durchsinnend Ambivalenzverhältnis habe. Also am Anfang habe ich es sehr positiv gesehen, einfach dadurch, dass es halt ein guter Freund mir empfohlen hatte. Der hat zu der Zeit in Paris gelebt. Ich war mit meiner Partnerin dort im Urlaub gewesen. Wir waren halt bei ihm, haben halt einfach so abends zusammen die Serie geguckt. Das war einfach so mit Freunden eben was machen. Und das waren so die ersten paar Staffeln. Die waren ja in dem Vergleich zu aktuell teilweise noch eher mild gewesen, was so ein paar Sachen anging. Aber dadurch habe ich eigentlich durchaus ein positives Verhältnis gehabt. Das hat sich aber, finde ich, seitdem so ein bisschen steinig entwickelt. Mit mal gute Staffeln, mal schlechte Staffeln. Aktuell ist es für mich, ich bin verhältnismäßig neutral eingestellt. Wie ist es bei dir so? Na, ich habe, ich glaube, auch von dir mal die ersten beiden Staffeln mal zum Ansicht bekommen. Oh, okay. Ich meine, das warst du gewesen. Meine klingt jetzt schon lange. Ja, schlimm, ne? Und habe die erste Folge geguckt und sofort gemerkt, okay, das ist meine Serie. Da gefällt mir einfach generell alles dran. Das können wir nicht vorstellen, dass mir das irgendwann mal langweilig wird. Habe dann die sofort so schnell die ersten beiden Staffeln durchgeguckt. Dann sind wir auf die dritte Staffel gewartet. Die dann komplett, also sofort eine neue Folge draußen war, die sofort geguckt. Mir dann auch alles, wobei es erschienen ist, auf Blu-ray geholt. Dann nochmal geguckt und mit Audiokommentaren nochmal geguckt. Mir sofort die Bücher besorgt und die alle durchgelesen, bis ich jetzt auch im Warten auf das sechste Buch bin. Und es ist mir nicht langweilig geworden, auch wenn es jetzt gerade vereintelt in der sechsten und gerade an vielen Stellen der siebten Staffel ein paar Dinge gab, die ich jetzt nicht mehr so toll fand, wo ich gesagt habe, okay, da merkt man, die wollen irgendwie was machen, was nicht so ganz funktioniert und so unstimmig ist. Hat es mich aber doch immer dabei geblieben. Und auch wenn ich so, also schnell habe ich es gemerkt, bei der vorletzten Folge der siebten Staffel, die mir so von vorne bis hinten überhaupt nicht mehr gefallen hat, hatte ich, okay, mal gucken, wo sie hingehen. Die letzte Folge der siebten Staffel fand ich wieder richtig gut. Also es ist auch so ein Auf und Ab, aber ich bin echt gespannt, wie sie es jetzt zu Ende bringen. Und dann werde ich eben auch noch auf die Bücher warten, die bestimmt nochmal was ganz anderes machen, auch wenn das Ende vermutlich ähnlich sein wird. Ich muss mal sagen, für mich war so der Tiefpunkt eigentlich Staffel 4 und 5 gewesen, denn ich fand nach der Red Wedding war irgendwie erst mal so ein Vakuum gewesen. Das zum einen. Und ich fand, ab der sechsten Staffel haben sie ja dann nicht mehr nach dem Buch das Ganze verfilmt. Da hast du schon einen Bruch irgendwie gemerkt, im Stil der Serie, fand ich zumindest. Aber die erste Staffel hatte auch eine der besten Folgen, die jemals in irgendeiner Fanserie gelaufen ist. Battle of the Busters. Ah ja, obwohl ich sage, also ich meine, es war gut gewesen, aber ich fand trotzdem so, für mich war es die gesamte, also ab der sechsten Staffel hast du halt schon eher so diese Serialisierung, dieses typische TV-Ding ein bisschen mehr gemerkt, als es halt vorher war. Aber mal generell gefragt, war für dich so der ausschlaggebende Punkt, aber wann hast du gesagt, Game of Thrones, so das ist ein super Ding. Gab es da so diesen einen Moment für dich? Kommt, die erste Folge eigentlich. Okay, eine bestimmte Stelle dort. Ich bin nicht so, dass du mir natürlich, aber ich glaube, 8, 20, 11, also ganz ehrlich, Leute. Wenn ich jetzt die erste Folge nur erzähle, also ich hatte einmal das Moment, okay, es könnte sehr interessant werden, als ich das Cold Open schon, als die erste Szene, sowohl im Buch als auch in der Serie, sind ja die drei von der Night's Watch, die oben im Norden Opfer der White Walker sehen. Und dann denke ich, okay, das ist, der Stil gefällt mir, der ganze Produktionsvalue der Serie ist sehr hochwertig und es scheint irgendwas Mysteriöses zu sein in dem mittelalterlichen Setting. Generell schon mal mein Ding. Und dann werden die ganzen Charaktere im Laufe der ersten Folge vorgestellt, die auch für die gesamte Serie wichtig werden. Die ganzen Starks, die Lannisters, die Nebencharaktere, die da auftauchen. Und die haben mir alle sehr, sehr gefallen, waren alle auf ihre Art und Weise unterhaltsam, sympathisch, bis zu Identifikationsfiguren. Und dann endet es eben mit dem Knall, dass die Königin eine Affäre mit ihrem Bruder hat und den bis dato, ja eigentlich Point-of-View-Charakter, Bran Stark, aus dem Fenster schubsen, ist vermutlich tot. Black in der ersten Folge. Wow, ich musste sofort weitergucken und habe bis dahin nicht mehr aufgehört. War bei mir eh nicht. War bei mir eh nicht. Ich habe mich nur von einer komplett anderen Seite ausgenähert. Ich bin kein großer Fan von Fantasy, Mittelalter, sonst was. Und auch der Anfang hat mich persönlich eher kalt gelassen, weil das so ein Klassiker war, hast du halt häufig schon gesehen. Es ist irgendein mysteriöses Ding und am Ende lösen sie es gar nicht oder scheiße auf, bei vielen Serien, weil die einfach nicht durchdacht gewesen sind, die meisten Serien in der Hinsicht. Das war so dieses, ja wir brauchen irgendwie so Big Baddy im Hintergrund, der die gesamte Zeit so irgendwie mitläuft. Also auch genau dieser Moment mit aus dem Fenster geflogen, wo ich dann gesagt habe, okay, könnte interessant sein. Und in der gesamten Folge, das ist durchaus sehr realistisch gehalten. Wo ich meine, inzwischen haben wir auch fliegende Drachenzauberei und sowas, aber ich fand gerade die ersten Staffeln waren sehr realitätsnah. Und die haben damit gewartet. Es dauert ja bis zum Ende der ersten Folge, dass überhaupt irgendetwas passiert, was in unserer echten Welt nicht möglich wäre, auf die Art und Weise. Oh ja. Aber vielleicht erst mal für diejenigen, die mit Game of Thrones weniger was anfangen können. Kurz ein paar Eckdaten. Serie basiert auf der Buchreihe ein Lied aus Eis und Feuer, beziehungsweise Song of Ice and Fire des Autors George R.R. Martin oder George Raymond Richard Martin. Gut, dass du die beiden Vornamen kennst. Die hätte ich jetzt nicht sagen können. Ich habe es extra mal nachgeschlagen. Oder wie er bei Fadenkreisen auch genannt wird, Grimm. Einfach die Initialen. Georgie Boy. Für mich ist auch das, wenn du ihn da besser kennst. Nein. Und aktuell die Bücher, auf der die Serie basiert, eben das Lied aus Eis und Feuer. Aktuell gibt es fünf von sieben Bänden. Das heißt, die Serie ist auch inzwischen weide, als es die Bücher sind. Und die Bücher angefangen hat, George R.R. Martin 1991 mit dem ersten Band zu schreiben. 1996 hat er den ersten Band veröffentlicht. Also er hat schon für das erste Buch fünf Jahre gebraucht. Hat noch keiner darauf gewartet, weil keiner wusste, dass es kommt. Jetzt warten wir inzwischen schon sieben Jahre auf den sechsten Teil von den geplanten Sieben. Band 5 ist 2012 erschienen. Und ich habe letztens jemandem sagen können, lass dir Zeit mit dem Lesen der Bücher, wenn du jetzt anfängst und sobald du durch bist mit dem fünften Buch, musst du dich auch in die Warteschlange stellen und warten auf das sechste. Aber da hat die Serie, die seit 2011 läuft, es wesentlich schneller hinbekommen. Da auch, also Produzenten der Serie, David Benjurff und D.B. Weiss, wie sie zumindest in den Credits immer genannt werden. und Zuschauer haben sich entwickelt von im Schnitt 9,3 Millionen in der ersten Staffel, so als Median. Pro Folge. Genau, pro Folge zur sechsten Staffel 25 Millionen. Es ist eine deutliche Entwicklung, also das ist im Grunde fast verdreifacht. Gibt es irgendeine Serie, die im ähnlichen Bereich ist? Nee, im Normalfall eigentlich immer umgekehrt. Je länger so eine Serie läuft, umso weniger schauen es in der Regel. Also hier hat es wirklich eigentlich komplett gegen den Trend gearbeitet. Damit werden wir auch gleich beim Prinzip Haupt, Kern unseres Senderes, das Marketing, scheint der funktioniert zu haben, was die für Game of Thrones gemacht haben. Also generell muss man sagen, das ist erstmal eine sehr hochwertige, unterhaltsame, durch und durch gute Serie. Also selbst wenn einige von abgefallen sind, ist es immer auch im Längen besser, als was viele andere Serien regelmäßig abliefern. Oh ja, also innerhalb der Serie kannst du meckern, aber ich finde so im Vergleich zu anderen Serien ist gut. Also da muss man wirklich auch, glaube ich, mit zweierlei Maß messen. Ich mache das immer gerne bei Star Wars Filmen, auch bei zum Beispiel der Sherlock-Serie. Also halt im internen Vergleich untereinander und im externen Vergleich. Selbst die schlechteste Sherlock-Folge ist noch viel besser als vieles, was so im normalen Fernsehen läuft. Es ist anschaubarer, unterhaltsamer, ja. Es ist aber auch länger und zieht sich mir egal. Aber es sind ja ähnliche Phänomene, die dann einfach mit entstanden sind. Und da haben wir einfach mal uns basierend auf einer Liste von Online-Marketing.de ein bisschen abgearbeitet. Ich habe noch ein paar Ergänzungen mit vorgenommen, was eigentlich das Marketing um Game of Thrones richtig gemacht hat und auch eben gleich, damit wir auch in unserem Bereich mit Marketing sowohl Netzkultur als auch Marketing mit reinnehmen können, damit ihr auch gleich den Mehrwert bekommt. Was sind eigentlich so die Takeaways, die ich fürs Marketing dort machen kann? Also ist eine ein bisschen längere Liste, deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach von unten durch. Also Nummer eins, Partizipation. Die Fans beteiligen sich. Feste Fangeme, die Bücher hatten ja schon eine feste Fangemeinde, bevor überhaupt die Serie erschienen ist und damals sind schon viele in die Serie eingestiegen. Der große Unterschied ist halt eben, andere Studios, das merke ich gerade bei Paramount mit Star Trek, also genau gesagt Star Trek Discovery oder STD, wie es fanintern genannt wird, ist schon eine deutliche Aussage, wie toll man die Serie findet. Ist bewusst mit dieser Geschlechtskrankheit Assoziation gewählt worden. Ich glaube DSC ist das offiziell Kürze, aber halt eben das Beispiel oder aktuell, was Disney mit Star Wars macht, die haben sich auch viele Fans erzürnt. Und das muss ich sagen, hat Game of Thrones, auch wenn die Sachen anders gemacht haben, haben sie es aber immer auf Augenhöhe auch mit den Fans gemacht. Das ist dann später nochmal ein Punkt. Aber halt Haupt-Takeaway hier, also was kann man sich daraus mitnehmen? Baut eine Community auf, bindet die Leute auch emotional ein. Sorgt dafür, dass sie sich als Teil des Ganzen fühlen und nicht nur von oben herab behandelt werden. Von hier hast du mal was, ein Story-Element oder hast du mal eine Figur, auf die du schon ewig gewartet hast, die machen wir aber bewusst scheiße. Sondern eben, nimm die Leute mit. Du hast Fans, die auch teilweise für umsonst bereit sind, viele Sachen zu machen. Das ist eine super Gelegenheit. Und das führt uns auch direkt zum zweiten Punkt, wie du auch mit den Leuten gehen solltest. Genau. Das hat eben damit zu tun, dass die Serienmacher selbst Jahre bevor die Show ins Fernsehen kam und kurz nachdem sich HBO die Rechte gesichert hat, sind die Verantwortlichen auf die Fangemeinden zugegangen, haben sie eingebunden und ihre Sprache zu sprechen gelernt. Also mit anderen Worten, dieses Einbinden hatten wir ja gerade schon und jetzt noch ergänzend daraus, auch dann als Takeaway, eine Strategie zu machen. Also halt bewusst konsequent, nicht nur mal hier mal einen Feuerwerkskörper, dann Feuerwerkskörper zünden, sondern konsistent, durchgängig das Ganze zu machen, mit den Leuten zu interagieren und das gibt es zum Beispiel auch oder gab es früher bei Star Trek zum Beispiel Extreme, da gab es Scientific Advisors, die haben dann die Serie beraten, dass halt die gesamte Physik bei Star Trek auch stimmt, weil die Fans bei Star Trek halt immer sehr, sehr stark auf die Korrektheit geachtet haben, dass das Ganze halt auch in der Realität funktionieren könnte irgendwie. Und das führt uns auch direkt zum dritten Punkt, Authentizität. Von Anfang an sind die Verantwortlichen auf Augenhöhe mit den Fans, wie man eben gehört hat, mit haben mit denen gesprochen, haben die die Meinung aktiv erfragt, haben die einbezogen, haben auch nach Entscheidungen danach ausgerichtet und damals eine der vielen Schwierigkeiten, mit denen Fantasy-Adaptionen zu kämpfen haben, die kritischen Fans, weil bei Fantasy, da nörden sich einfach viele sehr tief in das Thema rein. Ja, sehr herr der Ringer, das wurde ja immer als unverfilmbar bezeichnet. Wobei ich das in sehr wenigen Beispiele finde, wo ich die Filme deutlich besser als die Bücher finde. Ja, aber es wurde ja auch immer so als klassischer Aber sie haben Tom Bombardier rausgelassen. Ja, man kann sich immer über was beschweren, aber ich meine, klar, ich bin auch großer, also ich muss sagen, Herr der Ring finde ich auch gut, das ist so eines der wenigen Fantasy, wo ich auch sage, kann man auch wirklich gut anschauen. Aber da geht es halt einfach eben den Konsumenten gegenüber offen sein, sie ins Boot holen, ihnen eine Stimme geben, das ist eben auch eben konsequent fortgeführt von vorherigen Punkten, aber halt einfach dieses Authentische mit einbinden und das halt eben nicht eine ganz merkwürdige Interpretation ist, das halt komplett gegen die Mehrheitsmeinung der Fans stößt. Also gibt da so manchmal Figuren aus Büchern dann in die Serien überführt, das macht irgendwie keinen Sinn, das wirkt so wie jemand, der eine Maske aufhat, aber nicht diese Figur ist. Das hat man eben versucht zu vermeiden, denn gerade das Storytelling, da wären wir dann beim nächsten Punkt auch, ist natürlich bei einer Geschichte wichtig. Ja, muss man vielleicht noch erklären, wie du es im Marketing-Kontext meintest, also innerhalb der Serie, ja klar, da wird eine Geschichte erzählt, es basiert auf Büchern, es gibt eine Geschichte, mehrere Handlungsstelle, die sich verknüpfen, wieder auseinander gehen, beendet werden, offen sind. Und das ist an sich schon mal sehr, sehr wichtig, also prinzipiell, das auch als Haupt-Takeaway, habt eine gute Geschichte. Also Storytelling ist Marketing einfach schon mal wichtig, gerade, also wenn du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufst, und in dem Fall kann man es ja als Produkt bezeichnen, dann ist das Produkt ja schon die Geschichte, das zum einen, aber halt diese Geschichte auch rüberzubringen, ist ja auch wichtig. Also du kannst halt neben Supergeschichte haben, aber wenn du die schlecht verkaufst, da gab es auch so ein paar Sachen, Filmplakale haben dann zum Beispiel das Ende von manchen Sachen gespoilert. Und das ist schlechtes Storytelling, also es ist eine gute Geschichte, aber einfach scheiß übertragen. Ich meine, denk an die Realverfilmung von Avatar Herr der Elemente, das war eine scheiß Verfilmung gewesen, die TV-Serie, die Zeichen der Serie, die war super gewesen, man hat das aber schlecht übertragen. Das hat eben auch der Punkt Storytelling. Game of Thrones macht das halt sehr schön, indem sie halt viele Elemente, viele Medien miteinander verbinden, hier und da mal einen kleinen Spoiler setzen, ein Bild irgendwo reinpacken und halt eben auch mit viel Interpretationsspielraum. Also so auch so sehr emotionale Trailer zum Beispiel reinpacken. Das macht Disney zum Beispiel auch immer sehr, sehr gut, aber halt eben dadurch wenig verraten, aber vor allem halt die Leute dadurch eben emotional einbinden. Das passiert eben auf Social Media, ja. Und das ist halt vor allem durch professionelles Community-Management geprägt. Also das ist jetzt wieder so eigentlich klassisch mein Tagsgeschäft. Social Media Management, Community Management und wie kann ich halt die Leute gut integrieren. Also halt eben über bewusst gestreute Spoiler. Disney-Filme, unter anderem Star Wars, macht das eigentlich auch ganz gut. Also wo man sich auf der einen Seite zwar in den Zorna-Fans aufgelandert, aber ich finde die Trailer, ich war von den neuen Filmen bis auf Rogue One kein Fan gewesen, auch wenn ich ein alter Star-Film. Ich bin wirklich seit frühester Kindheit, ich darf mir da auch ein paar Sachen mal rausnehmen, zu kritisieren, glaube ich. Also ich bin nicht nur so ein Pseudofan, ich habe da wirklich sehr viel Zeit und Geld investiert. Okay, das weiß ich. Nur weil du darin Emotionshalt und Geld investiert hast, macht dich das, befähigt dich, berechtigt dich das, mehr Kritik zu üben. Ja, blöde Formulierung. Nein, aber ich würde nur sagen, ich habe zumindest ein bisschen mehr Ahnung, dass andere Leute von der Thematik behaupte ich jetzt. Das heißt nicht, dass andere Leute mich auch kritisieren dürfen, aber egal. Wir wollten das ja mit Game of Thrones auseinandersetzen. Aber da gibt es auch dieses Geldgebung. Die Trailer haben sie aber immer gut gemacht bei Star Wars. Ich habe die Bücher gelesen, ich darf mehr kritisieren Game of Thrones als du. Du hast eine Serie geguckt, ja, du bist ein Serien, ne? Das sage ich auch. Ich bin so ein Serienschauer, ich habe die Bücher nirgends gelesen. Du hast doch die Bücher nicht gelesen. Nehme ich mir da auch jetzt keine Sachen raus. Da weißt du ja nicht, dass sie Lady Stoner rausgelassen haben aus der Serie. Ja, Lady Stoner ist eine der wichtigsten Charaktere, kommt vielleicht zwei Kapiteln vor. Habe ich gehört, hätte ich als Idee auch gar nicht schlecht gefunden, aber an vielen Stellen, muss halt eben auch Abstriche irgendwo machen. Das ist immer auch wie bei Storytelling, dass ja zum Beispiel auch der Einfachheit, wegen verschiedener Huren aus den Büchern dann zu einer Figur zusammengefügt haben, die auch so ein bisschen als Identifikationsfigur, also diese Cross... Ja, im Prinzip ein neuer Point-of-View-Charakter für einige Szenen und damit haben sie ein paar Hintergrundcharaktere, die teilweise auch namenlos waren, zusammengelegt in einen Charakter, den es so in den Büchern gar nicht gab, der aber super funktioniert hat. Ja, einfach ein bisschen angepasst und zusammengefasst. Okay, aber dann. Ansonsten halt eben für Aufsehen, Sorgen, Influencer einsetzen, das macht nicht so Klassiker. Aber sowas wie den damaligen US-Präsidenten Barack Obama haben sie exklusiv die sechste Staffel zum Vorabschauen gegeben. Stimmt, gefreut. Da wäre ich auch im Präsident gewesen. Ja, Ed Sheeran haben sie ja gleich einen Gastauftritt gegeben in der Serie. Plus kontrovers, das fanden ja ein paar Leute ziemlich dämlich, dass sich Ed Sheeran am Lagerfeuer setzt. Ja, aber es ist auch nur, wenn du den kennst, weißt du, wäre es... Ja, der ist glaube ich irgendwie bekannt. In der Serie hat er mich nicht gestört, er war gut eingebunden, Punkt. Er hat ja auch so was leicht Mittelalterliches in seinem Auftritt. Ja, aber einfach dieses konsistente Einbinden. Das ist jetzt nicht Lady Gaga, das hätte irgendwie nicht so reingepasst und jeder gesessen hat. Aber einfach eben so klassisch, nutze Influencer, Meinungsmacher, bleib nicht in deiner eigenen Filterblase, sondern geh halt auch mal raus auf andere zu. Dann Nummer sieben, Kundenbindung auf verschiedenen Kanälen, also vor allem G-Mix einsetzen. Verbinde sich wieder mit vorigen Sachen, ja. Auf Augenhöhe kompensieren, das sind wir jetzt dann die Ergänzung vornehmen. Du hast nicht eben schon mal gesagt, vielleicht kannst du ein bisschen differenzieren. Das hatte ich vorhin schon mal kurz mit erwähnt gehabt, aber jetzt ist es eben ganz wichtig, nicht von oben herab zu kommunizieren, sondern wirklich mit den Leuten. Kommunizieren mit anderen Aspekten. Akzeptiere Input der Leute und tu nicht so, als wüsstest du es besser. Im Normalfall, also Mindest-Input, das ist immer dieses neutrale Aufnehmen von Inhalten. Andere Leute können auch gute Ideen haben. Und das ist, denke ich, bei Game of Thrones wurde das eigentlich immer ganz gut umgesetzt, dass da auch einfach so ein Input mitgenommen wird und dass da auch umgesetzt werden kann. Dadurch natürlich auch ganz wichtig, Interaktion. Das ist eine Sache, die ich vorher gar nicht erst durch die Recherche herausgefunden habe, dass die Produzenten oder die HBO auf der gesamten Welt verschiedene eiserne Tröne verteilt hat. Also das Prop der Requisite, die so aussieht wie der eiserne Thron, der Iron Throne, um den es ja hauptsächlich geht in Game of Thrones, sechs Stück davon, angeblich sechs Stück davon, die der ganzen Welt verteilt haben. In England, in Brasilien, in Spanien, in Schweden. Das klingt hauptsächlich Europa plus Brasilien. Ähm, die wurden bereits gefunden oder es soll noch irgendwo zwei geben. Wobei ich auch in den Kommentar-Diskussionen gesehen habe, vielleicht sagen die nur, dass es sechs sind, damit Leute rausgehen. Vielleicht sind es wirklich nur die vier, die schon gefunden wurden. Aber damit eben Leute drüber reden. Ja, Leute reden drüber. Es ist nur nicht abgeschlossen. Es geht immer noch weiter. Und wenn die gefunden hat, kann man coole Fotos davon machen, frische Media posten, zack, Reichweite. Ähm, frischste gemacht. Und weitere Interaktionsmöglichkeiten, die es da gibt, äh, es gibt zwei Dokus. Einmal, äh, diese Dokuserei After the Thrones. Das ist eine Live-After-Show-Sendung in den USA. Die lief jetzt nur 2016, wurde dann halt wieder abgesetzt. So eine sechste Staffel, ja. Aber es gibt den Throne-Cast, wie ich dachte, ein Podcast, aber es ist auch eine After-Show-Sendung im Vereinigten Königreich. Läuft seit 2011. Also hat alle Staffeln begleitet. Ich kenne ihn nicht von Strangler Things. Ähm, da wusste ich gar nichts von. Und da kam, nachdem ich bei, ähm, Netflix die letzte Staffel durch hatte, nach der letzten Folge ging es plötzlich weiter mit fünf, glaube ich, kleinen Talk-Runden mit Darstellern und Autoren der Serie, die wir darüber gesprochen haben. In ähnliche Richtung geht dann auch der Throne-Cast. Ja, hatten sie auch bei, äh, Dr. Who zum Beispiel mehrere Staffeln gemacht. Gerade so, äh, Who Confidential. Genau, die Confidentials. Äh, das war vor allem während, ähm, Matt Smith dort Doktor gewesen ist. Da gab es halt auch mal so diese, ich glaube, halbstündige war das dann Zusammenfassung gewesen, was so danach passiert ist. Aber eben als Take-away, gib einen Blick hinter die Kulissen, dass sie dort irgendwie teilhaben. Versuch nicht alles irgendwie, äh, zu verheimlichen, sondern nimm sie mit. Und zeigt auch, dass die, äh, Macher der Show-Nerds sind. Also D&D, also David Benioff und D.B. Weiss, äh, heißen bei den, sowohl Kollegen von ihnen, also den Schauspielern und den anderen Mitarbeitern der Sendung und auch den Fans irgendwann D&D, was, äh, nicht ganz unzufällige Anspielungen an das bekannteste, größte, äh, Fantasy-Rollenspiel der Welt ist, Dungeons & Dragons. Die waren halt forschen Riesen-Fans der Bücher. Denn es gibt auch diese Urban Legend, dass, äh, Grimm, also George R. R. Martin, ähm, sie gefragt haben soll, als sie auf George R. R. Martin zukamen, ähm, um Game of Thrones als Serie zu produzieren, soll er sie wohl gefragt haben, wer ist John Snows Mutter? Und wenn ihr mir das befriedigend beantworten könnt, dann dürft ihr die Serie produzieren. Sie haben es wohl befriedigend beantworten können, denn sie sind ja die Produzenten geworden. Und jetzt hat man eine Serie schon gesehen, wer die Mutter ist, und das, ja. Ja, das würden wir jetzt nicht spoilern, aber als Takeaway in der Stelle nur Begeisterung, Engagement. Also, die Leute, die das Ganze produzieren, man sollte auch merken, dass die Serie lieben. Das ist nicht wie, ich hab das auch gerade wieder als Problem mit Star Trek Discovery zum Beispiel, ähm, da ist bekannt, dass, äh, in dem Fall CBS, äh, die die Rechte halt haben an dem Star Trek dort, ähm, das jetzt eigentlich nur machen, um ihre, äh, All-Access-App zu bewerben. Also, ist doch bekannt, Star Trek, ja, kann man doch unsere, äh, na, Subscriber in die Höhe treiben. Zumal halt eben auch der, äh, Akt, oder bis dato, damals Geschäft, der war dann durch die MeToo-Kampagne ja auch gegangen, ähm, der hat halt damals Star Trek erst begraben, um es zehn Jahre später wieder hervorzuholen. Also, das wirft alles ein bisschen schwieriges, äh, Licht drauf, aber. Da sind die und die deutlich sympathischer. Ähm, auch ganz wichtig. Ein Nerd, der sich sehr mit, äh, Game of Thrones beschäftigt hat, ist der YouTube-Kanal Malek, äh, Franzose, der sich überlegt hat, wie würde eigentlich das Game of Thrones-Intro klingen, äh, äh, wäre Game of Thrones ein Anime? So klingelt das Intro von Game of Thrones, wäre Game of Thrones ein Anime? Hat sich zumindest, äh, Malek überlegt, französischer YouTuber. Und damit sind wir wieder zurück beim Thema. Online-Geister. Thema der Sendung. Fragen aus der Bevölkerung. Genau, denn jetzt finden wir uns dem Phänomen Game of Thrones. Das Anime-Intro war ja schon ein schönes Beispiel dafür, was so interaktiv von der Fangemeinde auch gemacht wird. Und, ähm, ich habe in einem Seminar Management 4.0 einfach mal kollaborativ Meinungen gesammelt. Das war gleich in so eine kleine Übung eingebettet. Und die Leute haben dann einfach Fragen gestellt. Unter anderem, Welche Frauen-Stereotypen gibt es? Oder Stereotypen generell? Da kamen relativ viele Frauen-Stereotypen. Also ich habe jetzt einfach mal ein bisschen gesammelt, wenn du noch Stereotypen, weil ich meine, klar, es gibt irgendwo Stereotypen. Wenn ich jetzt, äh, z.B. in der vierten Staffel an, äh, diesen Spanisch-Lateino-Latino-Angehauchten denke, was war das? Dorn, oder? Oberen. Oberen. Aus Dorn. Ich fand, er war ja so ein bisschen Klischee-Südländer irgendwie gewesen. Fand ich zumindest. Nein, Dorn an sich ist so die Mischung aus, ähm, Süditalien, Spanien, Portugal, Nordafrika, in der Air France-Welt. Genau, ähm, und ich fand es auch zum Beispiel, die Dortharaki sind für mich auch so ein bisschen Stereotyp, das übliche Reiter-Krieger-Volk. Krieger-Nomaden. Ich sag mal, irgendwo lässt ihr es nicht vermeiden. In Orks gibt es auch so gut wie gefühlt in jeder Fantasy-Variante. Es sind Stereotypen aus dem Grund, und wenn die auftreten, hat man halt sofort eine Assoziation mit dem, was es ist. Und diese Erwartungen können dann bestätigt oder mit gebrochen werden. Was beide, in beiden Fällen, zu einer, ähm, naja, Handlungs- oder plot-spezifischen Befriedigung am Zuschauer führt. Wir haben aber trotzdem mal so ein paar Stereotype einfach zusammengesammelt. Das studiere ich denn den Scheiß? Ja, stimmt. Ähm, die klassische Hure, das wäre einmal Ross, die ja als Hure relativ sympathisch ist, in den ersten drei Staffeln auftritt, aber was jetzt da nicht auftaucht, Sybil Keggeli war die Schauspielerin, wie hieß die? Ach ja, die Geliebte von Tyrion. Die Geliebte von Tyrion. Genau, die war ja auch eine deutsche Pornodarstellerin ursprünglich gewesen. Jetzt fällt mir da auch nochmal der Name des Charakters nicht ein. Die taucht auf jeden Fall auch im Buch auf. Schreibt uns einfach, wie sie hieß. Wir können finden es gerade auf anderen Spielen. Gewinnt das Spiel. Es ist so viel Charakter. Tausend Sprecher wollen. Ohne Übertreibung über tausend Sprecher. Meldet euch bei uns. Wenn ihr den Namen wisst, könnt ihr bei uns was gewinnen. Die ja erstmal... Info at online-gaster.com. Wir haben zu Beginn Spoilerwarnung gegeben, hier nochmal zur Sicherheit, die ja zu Beginn auch sympathische Hure schien, die auf Tyrions Seite war und sich dann bei der erstbesten Gelegenheit verkauft hat, wie Klischee, Stereotyp, die Hure, die sie halt ist. Ja, und da gibt es halt, also vor allem, was die Frauenrollen angeht, auf der einen Seite die Hure, auf der anderen Seite aber auch beinharte Assassinen, das ist ja aktuell Aria Stark, die so in diese Richtung geht, trainiert wurde. Ja, langsam ausgebildet hat. So was in die Richtung. Von Tomboy, burschikosem Mädel, die nicht in das typische Lord-Tochter, also Adeling-Tochter-Klischee reinfallen möchte, sich rauskämpfen. Nicht so diese Unschuld vom Land ist, wie die Sansa Stark früher dargestellt wurde. Die sich ja in der Rolle auch sehr wohl gefühlt hat. Sie wollte dieses Prinzesschen halt sein. Ja, genau, hat nicht ganz geklappt. Ja, es wurde ja auch vergewaltigt und all sowas. Also das kann ja ein Charakter dann schon formen. Aber es war ursprünglich ja diese Unschuld vom Lande gewesen, fand ich ja zumindest als Klischee, die Sansa ursprünglich. War ja auch, ich glaube, 14 Jahre oder so alt. Also im Buch und auch als Schauspielerin. Im Buch beginnt sie im Alter von 11. Oh, okay, noch krasser. Und soll mit 12 heiraten. Mit der Alter halt, ne? Aber auch die Lannister-Kinder, also gerade der Tom und die Marcella, muss ich echt nachschlagen, die waren ja also die kleinsten Kinder von denen, die waren ja eigentlich auch erst so ein bisschen so unschuldig, ein bisschen behütet einfach gewesen, bis sich das dann ja auch entwickelt hat. Die kleinen Babys vom Krönig, ne? Die Babys halt. Die gab es auf der einen Seite, die Unschuldigen, gab es auch den beinharten Schlägertypen, wenn ich an Brienne of Tarth denke, die ja in Star Wars auch, die Captain Phasma verkörpert hat, die Schauspielerin. Generell super sympathische Frau. Und natürlich. Ich will wieder den Namen nicht ein, wie sie heißt. Abschlagen. Sie ist Brienne. Sie dürfen nicht immer Brienne bleiben. Die Figur Brienne of Tarth. Die sich mit dem Kingslayer im Schwertkampf misst. Und Ygritte, deren bekanntes Zitat, You Know Nothing, Jon Snow, wo als Jon Snow in der dritten Staffel den Norden kommt und da die Figur of the White Links trifft, erst mal im Norden kommt, Cave Sex, um das Lied von vorhin zu zitieren, sich erst mal damit abfinden muss, dass hier diese Frauenklischees nicht existieren, die er aus dem Süden kennt. Und gerade zu Frauenstereotypen gibt es immer noch ein wunderschönes Interview mit George R. R. Martin, wo er gefragt wurde, woher er denn so gute Frauenfiguren, so tiefgründige Frauenfiguren schreiben kann und er dann darauf erwidert hat, naja, ich arbeite unter der Vorstellung, dass Frauen auch Menschen sind. Was selbstverständlich sein sollte. Man merkt aber oft, dass viele Autoren es einfach nur, ah, wir sollten vielleicht eine Frau noch reintun. Bing! Ja, und den Bechteltest werden sie auf jeden Fall bestehen. Weißt du noch, worum es da ging? Bechteltest, ja. Comicsstrip, ich weiß nicht, von Wannerskam, irgendwie ein Web-Comic. 80er irgendwann. Wo sich zwei Frauen überlegen, was sie im Kino sehen wollen und dann will die eine Frau nur einen Film sehen, der den Bechteltest, oder diesen Test besteht. Es sollen sich zwei weibliche Charaktere miteinander unterhalten, wo schon mal sehr viele Filme durchfallen und die Unterhaltung soll nicht um einen Mann gehen. Mindestens eine Minute lang. Mindestens eine Minute lang. Und der einzige Film, den sie sehen konnten, der damals lief, war Aliens, wo sich Ripley mit dem kleinen Mädchen über das Alien unterhält, was in dem Fall nicht als Mann zählt. Alle anderen Filme sind durchgefallen. Aber auch großartige Filme fallen durch. Die ursprünglichen Star-Wars-Filme fallen alle durch. Der Pate fällt durch. Jurassic Park fällt. Ja, da gibt es auch nur eine Frau, die sich mit der Tochter unterhält. Also, ich finde immer noch diese Maxime sehr gut. Wenn du einen Film anschaust und alle Geschlechter im Film austauscht und der Film immer noch sinnvoll ist, dann ist es ein guter Film. würde aber in so einer mittelalterlich inspirierten Welt nicht funktionieren, da dort dieser Patriarch-Herr noch stärker ausgebildet ist und eben durch dieses Gegenwirken gegen die Stereotype bewusst Charaktere wie Brienne of Tarth Arya Stark benutzen, die würden nicht funktionieren, wenn man plötzlich alle Geschichten rumdrehen würde. Ein Spruch. Da würde ich nämlich gleich zur nächsten Frage gehen. Ich habe gar keinen Fernseher. Was ist Game of Thrones? Das will man kurz mal zusammenfassen. Ich habe auch keinen Fernseher. Guck, alle Folgen. Ist Fantasy in einem Fantasy-Universum? Das ist nicht der Planet Erde. Das ist nicht sonst was. Also, na, na. J.R. Tolkien hat ja mal gesagt, Herr der Ringe spielt auf der Erde so und so viele tausend Jahre vor unserer aktuellen Zeit. Das ist unser Planet. Game of Thrones ist ein fiktiver Planet. Das ist nicht unsere Welt. Das ist nicht das Mittelalter. Das ist vielleicht inspiriert vom Mittelalter, vom Autor, aber das ist was komplett Eigenes. Da könnte es auch im Materialiat geben. Das funktioniert prinzipiell. Trotzdem bedient er sich dem, was wir aus Mittelalter, unserer Vorstellung des Mittelalters kennen, nämlich, dass Frauen nur zum adeligen Kinderkriegen, Thronfolger machen, angesehen werden von den meisten Männern, nicht alle, die meisten Männer und dann auch verheiratet werden für politische Hochzeiten. Wenn jemand wie Brienne of Tarth auftaucht, wird die schief eingeguckt von den Charakteren. Es wird signalisiert, dass das nicht normal ist, dass eine Frau in Ritterrüstung rumläuft und Schwertkämpf macht. Weil es in der Serie also etabliert wurde, aber prinzipiell sagt niemand, dass die Serie nicht auch hätte anders sein können. Es ist eine freie Welt, das will ich damit nur sagen. Es ist eine fiktive Welt, die noch nicht mal in unserem richtigen Mittelalter spielt. Also da kenne ich noch beim Spiel Battlefront war das ja gewesen. Also nicht Battlefront 1, aber jetzt irgendwas da, was auch so. Sparrow's Battlefront. Nee. Oder Battlefield. Battlefield, sorry. Also das war halt so Weltkriegsszenario, das ist halt eben auch, Gott, was war es, schwarze Frauen, sonst was, wo sich die Leute auch drüber aufgelegt haben, was im Kontext Sinn macht, aber halt eben, das spielt in einer realen Welt und dann hast du irgendwie auch eine weibliche Kriegerin mit Armprothese und sonst was, die im Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg gekämpft haben soll. Hat zwar im Kontext einen Sinn gemacht von diesen Storys, die erzählt wurden, aber da schaust du zumindest erstmal, ein bisschen komisch war, dass sie eigentlich was Echtes darstellen soll. Aber es wurden trotzdem echte Grundzüge genommen, denn Game of Thrones basiert auf den sogenannten Rosenkriegen in England des 15. Jahrhunderts. Ja. Und zwar, die Adelshäuser, York, Stark und Lancaster ist recht offensichtlich. Dann weitere Fragen. Das kommt direkt bei Noren. Wie viele Staffeln gibt es? Acht. Wie brutal sind die Szenen? Es wird stellenweise sehr explizit, aber es gibt, also wenn man jetzt ein paar Splatter oder Gore-Filme, Horror, krasse Sachen findet, kommt man da nicht an die Grenzen. Ich finde das ekligste bis heute, was ich dort gesehen hatte, war eigentlich dieser Kampf von Oberyn mit dem Mountain, wo er dann wirklich den Kopf zerdrückt. Das wäre noch das ekligste. Also wirklich Kopf in den Händen nimmt, zudrückt und es platzt wie eine Reifenmelone. Er zerdrückt den Schädel. Also das ist so die obere Grenze und dann von, weiß nicht, kleinem Schlag ins Gesicht bis dahin kommt alles vor. Also das ist das, ich finde, physisch schlimmste, psychologisch gibt es viele, viele andere Sachen. Also Psycho-Horror, finde ich, ist genauso dabei. Gerade diese ganzen Vergewaltigungs-Szenen oder auch, wo wir, Reek, der ehemalige Zögling, ich weiß den Namen nicht mehr. Ja, Theon Greyjoy. Genau, Theon Greyjoy. Der auch amputiert, also ihm wurde seinen Penis abgeschlagen, er wurde maltratiert, sonst was. komplett gefoltert. Also er wird nur gequält in späteren Staffeln, er hat zwar viel Scheiße gemacht, insofern ist es auch immer ein bisschen ambivalent, ob wir ihn dazu mitleiden haben. Wobei da auch der Akt des Abschneidens nicht gezeigt wird. Aber es hat eben auch dieser Horror, den du nicht siehst, sowohl physisch, aber vor allem auch psychisch. Das ist ein gebrochener Mann. Und dann kämpfen halt Leute. Also wenn Drachen angreifen, dann verbrennen halt mal ein paar, Bale werden gefressen, Leuten werden Köpfe abgeschlagen. Aber das ist so typisch Fantasy denn wieder. Das ist jetzt nichts, was jetzt gewaltig viel schlimmer wäre. Na, es ist härter als Heine Ringe. Und das ist auch Fantasy. Ja, aber ich finde, die Schlacht-Szenen sind verhältnismäßig ähnlich, nur vielleicht statt FSK-12 FSK-16. Ja, genau. Also ich finde so generell. Also ich sehe das FSK-16. Man sieht vielleicht Geschlechtsteil, aber keine Eregierten. Man sieht keinen, also wenn es zum Akt kommt, sieht man ja keine explizierte Präfiltration, wie es im FSK-18 der Fall wäre. Es ist kein Porno in der Hinsicht. Genau. Maximal soft. Es gibt aber ein Game of Thrones Porno, der einfach nur albern ist. Es gibt zu allem ein Porno. Die Milf of Dragons. Regen 34. Oh Gott. Okay, dann wie brutal sind die Szenen? Das haben wir ja gerade beantwortet. Also müsst ihr ja mal selbst entscheiden. Und welche Nachnutzung wird der Produktionsstandort aus dem Nordirland, wo der Norden Westeros spielen soll, erfahren. Da ja Neuseeland immer damit wirbt, dass da die Herr der Ringe und Hobbit-Filme gedreht wurden, die ja die kompletten gebauten Kulissen, Hobbington, das ganze Dorf, wo die Hobbits wohnen, als Tourismusort benutzt, wird der jetzt noch touristisch ausgeschlachtet, sage ich mal so. Und ich denke, das wird bei Nordirland nicht anders sein. Die haben wir auch viele Sachen hier zeigen können. Die schönsten Studios, die man durchführen kann. Die Kings Road ist ja auch ein beliebtes Ausflugsziel, wo man wirklich Schlange stehen muss, ein Foto machen zu können. Alternative dazu wären zum Beispiel Star-Wars-Kulissen in Tunesien, wo man Tatooine, Luke Skywalker's Heimatplaneten gezeigt hat. Das ist zwar immer mal ein bisschen zerfallen, auch ein bisschen wegen der politischen Verhältnisse hier und da, aber es wird halt auch gerne als touristische Anziehungsort genutzt. Aber wir müssen jetzt zeitlich ein bisschen gucken. Ja, ich wollte noch drei Sachen erwähnen. Fans, die sich mit der Sache beschäftigen und die ich einfach mal empfehlen wollte, die Sexy Cripples, klar, YouTube-Kanal von Kim und Wolf Speer, ein Ehepaar, die jede einzelne Folge besprochen, meistens den Tag, nachdem sie gelaufen sind. Preston Jacobs, ein sehr kritischer YouTuber, der sich sehr mit den Büchern beschäftigt und dann auch die Serie sehr kritisch betrachtet und so seine eigene kleine Parodie darauf nochmal gibt. Und Alt-Shift-X, der sehr ausführlich und gut nachvollziehbar alle möglichen Trailer, Story-Schnipsel, Fan-Theorien analysiert und auf Plausibilität überprüft. Und zum Schluss noch eine Sache, die wir drin lassen können im Podcast, da ich den Macher gefragt habe, Miracle of Sound, vielleicht auch etliche Game of Thrones wieder geschrieben und eins, das vielleicht zum Ende andeuten könnte, When Winter Comes. When Winter Comes. When life is frozen. When the moors, they hide away under the snow. Fingers of doom will clutch the chosen. All beasts will shiver from the lion to the crow. When winter comes. When times are starkest. When the wailing of the wolves fades with the sun. The wilds are numb. The days are darkest. The fates of many they cease to rest on only one. Walls will not hold the winter over and under. Walls will not hold the winter. Walls will not hold the winter. All in the way will fall. Walls will not hold the winter. Walls will not hold the winter. Walls will not hold the winter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020